Liebe Zuschauer, eine Meldung in eigener Sache. Aktuell führt die Info GmbH eine telefonische Umfrage zu Rundfunksendern in Mecklenburg-Vorpommern durch. Dabei geht es auch um Wismar TV und die Bewertung des Senders. Unser Sendegebiet erstrickt sich über den gesamten Kreis Nordwest-Mecklenburg. 30.000 Haushalte empfangen Wismar TV über das Kabelnetz seit letztem Jahr in HD-Qualität. Zudem gibt es das Programm im Internet. Mit unseren Zuschauern tauschen wir uns über die sozialen Medien aus. Egal ob YouTube, Facebook oder Instagram. Die Umfrage wird von Mitte März bis Mitte April durchgeführt. Also, wenn das Telefon klingelt und die Info GmbH sich meldet, unterstützen Sie den regionalen Rundfunk und Ihr regionales Fernsehen Wismar TV. Ihre Meinung hilft uns bei unserer Berichterstattung aus der Region Nordwest-Mecklenburg.